Hallo lieben Leute, also ähm, ja gut, Max ist immer noch krank und er kann kaum noch reden, also er hört sich an wie im Stimmbruch, also ganz schlimm. Auf jeden Fall, ich wollte ihm ein kleines Geschenk machen, ein gutes Besserungsgeschenk oder irgendwie so. Warte, muss ich kurz hinlaufen, weil auf jeden Fall, ähm, hoffen wir mal, dass es nächste Woche besser wird, weil, ja, schreibt ihm alle, äh, gute Besserungen in die Kommentare und, ähm, gibt ihm ganz, ganz viel Liebe. Na, oh. Warte, muss gucken, wie das geht. Na, oh mein Gott. Ne, das sieht, na, wie, 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 äh, das ist, warum sieht das so ungerade aus, äh, hä, warum muss ich da noch eins, dann ist es aber voll hässlich, nee, nee, warte mal, das geht doch nicht. Mann, ich wollte so ein Herz machen, aber irgendwie, äh, ich weiß es nicht. Okay, so. So, das ist doch ein süßes Herz, oder? Ist doch, damit ist ja noch eins, nö, okay. Das, das erkennt man doch, das ist ein Herz. Oder warte mal. Vielleicht? Nee, so vielleicht? Ja, doch. Geh weg, du fette Flama. So. Ja. Also, ja. Ja. Sag dem gute Besserung und, äh, gibt ihm ganz, 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 ganz viel Liebe und hoffen wir, dass ihm, äh, bald wieder gut geht und, ja, auf jeden Fall, das war das Video, schusi und, äh, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag.